Ich bin damals eigentlich nach Karlsruhe gezogen, weil ich etwas ganz anderes studieren wollte. Ich habe zwei Semester Physik am KIT ausprobiert und habe dann relativ schnell gemerkt, dass mir da einfach der Praxisbezug fehlt. Das war mir zu theoretisch. Ich finde das Studium rein an der Universität zwar sehr spannend, allerdings ist es auch sehr theorielastig und gerade der Beruf der Hebamme, der angewandten Hebammenwissenschaften, zeigt sich doch auch darin, dass man es in die Praxis umsetzen kann. Und gerade dieses Gekoppelte finde ich bei solchen praxislastigen Berufen einfach toll und auch nötig, weil ich denke, sonst geht das Handwerk dahinter eventuell sogar ein bisschen verloren. So das Prinzip des dualen Studiums, wie es hier in Baden-Württemberg gibt, gibt es in München nicht wirklich, also in Bayern. Und deswegen hat auch meine Firma, wo ich arbeite, eine Kooperation mit der DHBW in Karlsruhe. Weil es für mich das Beste aus zwei Welten bietet. Zum einen steht am Ende des dreijährigen Studiums ein akademischer Grad und zum anderen kann ich in Unternehmen von Tag eins an mit anpacken. Einerseits, weil ich schon immer ein praxisbezogener Mensch war, mir fällt es leichter, Sachen zu verstehen, vor allem sehr theoretische Sachen, wenn ich auch einen Praxisbezug dazu habe, also wenn ich sehe, wie das angewendet wird, wenn ich vor allem weiß, wozu ich das Ganze lerne. Man hat zusätzlich natürlich das Gehalt von der Firma. Es ist schon schön, ein bisschen unabhängiger zu sein von den Eltern. Was ich wirklich am dualen Studium schätze, ist, dass wir hier ein optimales Lernumfeld geboten bekommen. Das sind zum einen angenehm übersichtliche Kursgruppen und zum anderen auch die Nähe zum Dozierenden und auch die soziale Interaktion im ganzen Kurs. Und auch meine Dozentinnen sind ja auch sehr geschulte Menschen, die meistens oder oft aus der Praxis kommen, sich dann fortgebildet haben, noch ihren Master gemacht haben oder in sonst eine Richtung sich weitergebildet haben. Dementsprechend hat man hier auch Lehrpersonen vor sich, die aus Erfahrung sprechen, die aus der Praxis sprechen. Und das gefällt mir halt hier auch sehr, sehr gut. Dadurch eben, dass bei uns darauf geachtet wird, dass da ein bisschen Bezug zwischen Theorie und Praxis ist, ist auch die Theorie anders als an einer normalen Universität. Es wird wirklich darauf geachtet, dass wir was lernen, was uns im Unternehmen auch weiterhilft. Und das ist wirklich eine Besonderheit der dualen Hochschule. Habe ich Vorlesungen in einer bestimmten Fachrichtung, auf die ich mich spezialisiere und werde dadurch bestens auf den Einstieg in die Berufswelt vorbereitet. Mir gefällt es sehr gut, dass hier viele Waldgebiete sind. Es ist viel Natur hier. Man hat nämlich nicht das Gefühl, mitten in der Stadt sich in einem Dschungel von Betonblocks zu befinden, sondern man geht ein paar Minuten und ist dann in einem tollen Park, wo man sich nach einem längeren Unitag auch mal einfach mit seinen Freunden zusammensetzen kann. Allerdings auch, weil Karlsruhe einfach ein guter Standort ist, um zu studieren. Wir haben hier ja ganz viele Möglichkeiten, auch nach der DHBW-Zeit nochmal wegzugehen oder sich mit Kommilitonen zu treffen. Jeden Tag ist immer irgendwas los, wo man eben was machen kann. Sei es jetzt in der Stadt. Ich brauche nur 15 Minuten in die Stadt rein. Das ist für mich total ungewöhnlich, weil in München brauche ich mindestens eine Stunde rein. Das gefällt mir sehr gut hier.